Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau. Evangelische Christen haben ihre Feiern zum 500-jährigen Reformationsjubiläum beendet. Das Erzbistum München und Freising eröffnet einen Seligsprechungsprozess für Fritz Gerlich und Romano Guardini und Papst Franziskus ächtet die Todesstrafe. Um diese Themen dreht sich heute die katholische Presseschau. Mein Gast im Studio ist der Journalist und Buchautor Dr. Josef Bordat aus Berlin. Herzlich willkommen, Herr Bordat. Hallo. Ein ganzes Jahr haben sie gedauert, die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. Weltweit feierten evangelische Christen die Thesen des Augustinermönchs Martin Luther gegen die Ablasspraxis im frühen 16. Jahrhundert. Viele Andachten, Gottesdienste und Gesprächsforen waren auch ökumenisch geprägt. Zum Abschluss des Jubiläums unterzeichnete der Lutherische Weltbund und der päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen eine gemeinsame Stellungnahme. Die katholische Tageszeitung, die Tagespost, zitiert daraus am 2. November. Als lutherische und katholische Christen und Christinnen sind wir zutiefst dankbar für den ökumenischen Weg, den wir in den vergangenen 50 Jahren gemeinsam gegangen sind. Dieser Pilgerweg hat bewirkt, dass Vorurteile beseitigt wurden, das gegenseitige Verständnis gewachsen ist und entscheidende theologische Übereinstimmungen herausgearbeitet worden sind. Herr Bollett, der Lutherische Weltbund und der päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen haben den ökumenischen Weg der letzten 50 Jahre als Pilgerweg bezeichnet. Was sollte aus Ihrer Sicht das Ziel dieses Pilgerwegs sein? Letztlich natürlich die Einheit der Kirche, die Wiederherstellung der einen Kirche, die in der Welt Zeugnis gibt für Jesus Christus. Das kann nur das Ziel des Weges sein. Allerdings muss man sehen, dass wir im Moment mit der versöhnten Verschiedenheit an einer Statio dieses Pilgerwegs sind, an der wir es uns erstmal nicht bequem, aber doch vielleicht für längere Zeit einrichten sollten, um einfach zu sehen, was geht noch, was geht noch weiter hinaus über das, was bereits erreicht wurde. Es gibt sicherlich theologische, ekklesiologische Probleme, Schwierigkeiten, die noch bewältigt werden müssen. Insofern ist das ein Fernziel, die Einheit der Kirche, aber eine Pilgerschaft, die das Ziel aus dem Auge verliert, die wäre dann wirklich keine im Sinne Jesu Christi. Und was sollten dann aus Ihrer Sicht die nächsten konkreten Schritte der Ökumene sein? Ich denke zweierlei. An der Basis müsste man wieder stärker gemeinsam darauf dringen und versuchen, Menschen zu Jesus zu führen, zu Christus zu führen. Einfach das, was wir Neuevangelisierung nennen im katholischen Raum, ist das auch auf der ökumenischen Basis passiert, gerade da, wo eben die Protestanten auch stärker sind. Ich denke an Berlin etwa, also zahlenmäßig mehr evangelische Christen da sind als katholische. Dann ist der Beitrag der evangelischen Kirche für diese Neuevangelisierung, für eine neue Mission eben ein ganz entscheidender. Und zum anderen müssen beide Kirchen eine gemeinsame Sprache finden im Diskurs über die politischen Fragen, die jetzt anstehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, vor allen Dingen auch die bioethischen Fragen, wo die Front in Anführungsstrichen jetzt nicht unbedingt zwischen den Konfessionen verläuft, sondern zwischen einem naturalistischen, säkularistischen Menschenbild und dem Menschenbild des Christentums der Bibel. Das ist eigentlich der große Kulturkampf, der jetzt stattfindet, der Kampf um das Menschenbild, gerade im Zusammenhang mit der Bioethik. Da müssten die Kirchen zusammenwirken und gemeinsame Papiere erarbeiten, die dann auch im Diskurs gehört werden. Ein Punkt, bei dem sich evangelische und katholische Christen nach wie vor unterscheiden, ist die Verehrung von Heiligen. Katholiken rufen die Heiligen als Fürsprecher an. Das lehnte Martin Luther ab. Das Erzbistum München und Freising möchte aber genau darauf nicht verzichten und wird noch in diesem Dezember zwei Seligsprechungsprozesse eröffnen. Ginge es nach Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, dann hätte das Erzbistum in einigen Jahren zwei neue Fürsprecher, nämlich den Publizisten Fritz Gerlich und den Religionsphilosophen Romano Guardini. Im Persönlichkeitsprofil und in ihrer Biografie unterscheiden sich beide grundlegend. Der cholerisch veranlagte Gerlich polemisierte scharf gegen die, in Anführungszeichen, geistige Pest des Nationalsozialismus. Seine pointierten Stellungnahmen musste er mit dem Leben bezahlen. Er wurde kurz nach Hitlers Regierungsantritt im Konzentrationslager Dachau von den Nazis erschossen. Guardini hingegen war ein schwermütig sensibler Religionsphilosoph. Er gilt als einer der geistigen Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils und lehrte in Berlin, Tübingen und München. Die Süddeutsche Zeitung bringt in der Münchner Stadtausgabe vom 25. Oktober die Unterschiedlichkeit beider Glaubenszeugen in die Überschrift, der Märtyrer und der Philosoph. Herr Bordert, Fritz Gerlich ist bereits 1934 ermordet worden. Das heißt in der Konsequenz, kaum einer ist ihm persönlich begegnet, die heute noch leben. Kaum einer hat persönliche Erinnerungen an ihn. Welche Impulse könnten trotzdem von einem Seligsprechungsprozess oder einer Seligsprechung ausgehen? Fritz Gerlich steht ja für die Publizistik, die katholische Publizistik und hat gezeigt in seinem Leben, dass es Mut braucht, gegen den Zeitgeist anzuschreiben. Und das ist sicherlich vorbildlich, nicht nur, aber vor allen Dingen auch für alle, die in den Medien tätig sind, Katholiken ebenso wie Protestanten und die eben sich auch mit Entwicklungen auseinandersetzen müssen, die nicht dem christlichen Bild von Mensch, Welt und Gesellschaft entsprechen. Insofern, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, unsere heutige Situation und die Zeit Anfang der 30er oder der Machtübernahme Hitlers, aber dennoch ist es so, dass wir Mut brauchen für den täglichen Kampf und da ist sicherlich jährlich ein Vorbild. Heiligmäßige Menschen werden selig und heilig gesprochen, weil sie etwas den Menschen der Gesellschaft zu sagen haben. Inwiefern hat Romano Guardini uns heute im 21. Jahrhundert immer noch etwas zu sagen? Ja, ich denke, als Religionsphilosoph bringt er eben die Sphären von Glauben und Wissen zusammen, von Frömmigkeit einerseits und Vernunftgebrauch andererseits, gerade er auch als Person. Er hat ja auch zum Beispiel über das Gebet sehr viel Interessantes geschrieben, was man noch wirklich mal lesen sollte. Da kann man sehr viel erfahren über die Bedeutung und Wirkung des Gebets und insofern, denke ich, hat er uns als Christen im 21. Jahrhundert sehr viel zu sagen. Friedrich wurde 1934 von der damaligen Regierung hingerichtet. Ein verabscheuungswürdiges Verbrechen war das. Die Todesstrafe an sich galt aber bislang in der Lehre der katholischen Kirche unter gewissen Umständen als erlaubt, vorausgesetzt, dass der Staat das Gemeinwohl der Gesellschaft nur auf diese Weise schützen könne. Diese Lehrtradition hat Papst Franziskus nun beendet. Vor der Vollversammlung des Rats für die Neuevangelisierung sagte er am 11. Oktober, dass das Bewusstsein im Volke Gottes sich verändert habe. Die Christen lehnen mittlerweile eine Strafe ab, die die Würde des Menschen schwer verletzt. Die katholische Webzeitung Katnet zitiert den Papst am 12. Oktober mit den Worten, es muss deutlich festgestellt werden, dass die Todesstrafe eine unmenschliche Maßnahme ist, die die Würde des Menschen herabsetzt. Sie widerspricht in ihrem Wesen dem Evangelium. Ja, Herr Bordert Franziskus ist davon überzeugt, dass die Todesstrafe nicht vereinbar ist mit dem Evangelium. Inwiefern ist sie das nicht? Wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, wenn wir von der Heiligkeit des menschlichen Lebens ausgehen, wenn wir sehen, wie sehr Gott den Menschen liebt, das kommt ja gerade im Evangelium dann deutlich heraus, dann können wir nicht menschliches Leben töten, vernichten, hinrichten, wie auch immer. Auch wenn der Mensch Schuld auf sich geladen hat. Denn es muss immer die Möglichkeit geben, dass dieser Mensch zurückkehrt zu Gott, dass er sich versöhnt mit Gott. Und da nimmt man ihm gewisserweise die Chance für diesen Weg zurück zu Gott. Und das dürfen wir nicht tun als Menschen. Papst Franziskus sagt, dass sich die Lehre der Kirche im Punkt Todesstrafe weiterentwickelt hat, aber er sagt, dass die neue Position der Kirche nicht im Widerspruch steht zu einer früheren Position der Kirche. Wie geht beides zusammen? Weiterentwicklung der Lehre und Kontinuität? Es geht insofern zusammen, als man eben sehen muss, was ist eigentlich der Kerngedanke oder was ist die Idee, die hinter der damaligen Regelung stand. Das war der Lebensschutz. Man konnte das Leben von Unschuldigen nicht anders schützen unter Umständen, als einen Übeltäter hinzurichten. Heute sind wir so weit, dass wir mit dem gleichen Ideal des Lebensschutzes, mit der gleichen Idee, auch den Täter schützen können. Das Leben des Täters, indem wir etwa sichere Gefängnisse haben, indem wir unter Umständen neue Therapieansätze haben, die Gewalttäter eben, die dem irgendwie was entgegenzusetzen haben, sodass die Idee erhalten bleibt. Die Idee wird sozusagen kontinuiert, der Lebensschutz, aber dann eben heute auf eine fortschrittliche Weise. Herr Bordat, ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Dankeschön. Das war die katholische Presseschau mit dem Journalisten und Buchautor Dr. Josef Bordat aus Berlin. Schön, dass Sie zugesehen und zugehört haben. Bis zur Januar-Ausgabe dann mit einem Rückblick auf das zweite Halbjahr 2017. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017